In diesem Video stellen wir dir fünf harte Wahrheiten über Finanzen vor, die regelmäßig verschwiegen werden. Aber wenn du diese nicht kennst, wirst du deine Finanzen leider niemals im Griff haben. Also los geht's! Finanzberater helfen dir nicht bei deinen Finanzen. Denn die meisten Berater sind eigentlich Verkäufer. Verlassen wir uns nun auf die Bank, Versicherungs- oder Finanzberater, sind wir finanziell massiv im Nachteil. Denn dann sind wir unflexibel und abhängig, wir verstehen selten, was eigentlich mit unserem Geld passiert und alles kostet uns einen Haufen von unserem hart verdienten Geld. Nur mal ein kleines Beispiel, was Gebühren ausmachen können. Nehmen wir an, wir investieren monatlich 200 Euro und zwar über 35 Jahre. Einmal in ein breit gestreutes ETF-Portfolio und einmal in einen aktiv gemanagten Fonds, den Bankberater besonders gern verkaufen. Wir nehmen an, beide hätten die gleiche Rendite von 7%. Aktive Fonds performen statistisch gesehen langfristig viel, viel schlechter. Aber das lassen wir jetzt hier mal aus dem Fonds, um das gut vergleichen zu können. Für das ETF-Portfolio zahlst du 0,15% an Gebühren und für den aktiv gemanagten Fonds 1,85% Gebühren. Das entspricht einfach aktuellen Durchschnittswerten. Wenn wir nun bei beiden Varianten unser Vermögen am Ende vergleichen, dann könnte man aus den Latschen kippen. Nur aufgrund der leicht höheren Kosten haben wir mit dem aktiven Fonds über 100.000 Euro weniger. Du siehst, das ist mehr als so ein Kleinwagen. Und so schreibt auch Gerd Kommer in seinem Buch Souverän investieren mit Indexfonds. Rund 750 Milliarden Dollar an Gebühren, die die globale Finanzbranche jährlich in der Vermögensverwaltung und dem Wertpapierhandel verdient, sind ein mächtiger Anreiz, die Dinge so zu lassen, wie sie sind. Investieren muss langweilig sein. Ja, so einige hier auf YouTube und auch generell in den Medien vermitteln gerne den Eindruck, dass Investieren schnell und aufregend sein sollte. Und leider glauben das auch zu viele Menschen. Die Konsequenz ist, viele investieren in riskante Anlagen, die sie nicht wirklich verstehen und werden dabei eher von Emotionen als von Logik angetrieben. Doch nur weil es Leute gibt, die schon mal schnelles Geld verdient haben, ist es noch lange nicht klug, so zu investieren und das nachzumachen. Ja, wir Menschen haben ja leider den psychischen Fehler, dass wir immer alles möglichst sofort haben wollen, weshalb viele auf den schnellen Reichtum aus sind und dann leider auf derartige Angebote, die das eben versprechen, hereinfallen. Doch tausende von Menschen haben Geld verloren, als der Kryptomarkt kürzlich zusammenbrach. Sie haben sich von ihren Gefühlen und Ideologie statt von Logik leiten lassen, ja und jetzt nur mal den Preis dafür bezahlt. Die Sache ist halt die, wenn du dich beim Investieren von deinen Emotionen fühlen lässt, dann wird das Ganze zum Glücksspiel. Einzelaktien, Kryptowährungen, generell aktives Investieren, all das ist wie mit deinem Geld ins Casino zu gehen. Paul Samuelson, der erste amerikanische Wirtschaftswissenschaftler, der einen Nobelpreis erhielt, der hat das so ausgedrückt. Investieren sollte eher so sein, als würde man einer Farbe beim Trocknen zusehen oder Gras beim Wachsen. Wenn sie Aufregung wollen, dann nehmen sie 800 Dollar und fahren sie nach Las Vegas. Der effektivste Weg, um durch den Aktienmarkt sein Geld zu vermehren, ist ein breit gestreutes ETF-Portfolio aufzusetzen und dieses dann ewig zu halten. Das ist günstig, einfach und basiert auf jahrzehntelangen Daten, ist also wissenschaftlich durch und durch fundiert. Zahlreiche Studien der letzten 50 Jahre haben belegt, dass es langfristig nahezu unmöglich ist, den Markt zu schlagen, also zum Beispiel die Gewinneraktien auszuwählen, die sich besser als der Durchschnitt entwickeln werden. Und zwar auch nicht für Profis wie Fondsmanager. Mit einem langweiligen ETF-Portfolio hingegen investierst du einfach in die Weltwirtschaft zu niedrigen Kosten und vertraust darauf, dass der Zinseszins seinen Job macht. Und diese Art des Investierens, die ist klug, aber sie erfordert Geduld und dass man seine Gefühle im Griff hat. Wenn wir jedoch darauf aus sind, nächste Woche oder nächsten Monat reich zu werden, dann ist diese Strategie nix für uns. Deshalb viele nach schnellen Get-Rich-Quick-Methoden Ausschau halten und so meist Geld verlieren. Investieren muss einfach sein. Die Medien, die Versicherungsindustrie oder die Finanzberater, die lieben es eben, investieren als super kompliziert und riskant darzustellen. Aber es klingt und fühlt sich nur deshalb so kompliziert an, weil alle hart daran arbeiten, um dieses Gefühl zu vermitteln. Viele Leute glauben deshalb, Finanzen seien für uns normale Leute undurchdringbar. Und für einen großen Teil der Finanzwirtschaft an sich mag das ja auch vollkommen richtig sein. Aber für das, was wir normallos brauchen, um erfolgreich zu investieren, sind nur ganz wenige Faktoren wichtig. Und die sind echt für jede und jeden erlernbar. Wir müssen auch nicht alle Fachausdrücke verstehen oder von morgens bis abends Börsen-Nachrichten schauen oder BWL studiert haben. Mit dem besagten einfachen ETF-Portfolio und vielleicht nicht mehr als 30 Minuten pro Jahr kann jeder von uns ein echter Investor werden. Also glaubt nicht die Lüge, dass Investieren kompliziert sein muss. Jack Bogle, der Gründer von Vanguard und Vater der Indexfonds, hat das am besten ausgedrückt. Wenn es mehrere Lösungen für ein Problem gibt, wähle die einfachste. Investieren braucht Zeit. Die meisten Leute denken, dass es am wichtigsten sei, richtig viel Geld zu sparen. Aber der Zeitpunkt, an dem du mit dem Investieren beginnst, der kann viel entscheidender sein. Schauen wir mal auf ein Beispiel. Nehmen wir an, Sandra investiert im Alter von 25 bis 35 Jahren 100 Euro pro Monat und lässt das Geld danach einfach liegen. Arno hingegen wartet 10 Jahre länger als Sandra und investiert dafür ab 35 Jahren bis zum Renteneintritt mit 67 die 100 Euro im Monat. So, während Arno also 32 Jahre lang spart, macht das Sandra nur 10 Jahre lang. Und was ist das Ergebnis? Sandra muss über 26.000 Euro weniger als Arno sparen und hat am Ende trotzdem mehr Geld auf der Seite. Also das ist die Power vom Zinseszins. Sehr gut können wir diesen Effekt auch beim besten Investor unserer Zeit sehen. 109 Milliarden von Warren Buffetts aktuell 112 Milliarden US-Dollar großem Vermögen kamen nach seinem 65. Geburtstag hinzu. Mittlerweile ist er über 90 Jahre alt. Also das sind über 97 Prozent an Wertsteigerung, seitdem er 65 Jahre alt ist. Morgan Housel hat in seinem großartigen Buch The Psychology of Money vorgerechnet, wenn Warren Buffett nicht mit zehn Jahren, sondern erst mit 30 mit dem Investieren angefangen hätte, was ja die meisten von uns frühestens machen, und mit 60 in den Ruhestand gegangen wäre, dann läge bei gleichen unterstellten Renditen sein Vermögen heute bei nur rund 12 Millionen. Das sind 99,9 Prozent weniger als er aktuell hat. Deshalb denke langfristig und lege über lange Zeiträume an. Denn die Zeit ist genau das, was unser Vermögen wachsen lässt, nicht irgendwelche Get-Rich-Quick-Methoden oder das beste Investment. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Investieren alleine reicht nicht. Investieren wird dich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht reich machen. Das klingt jetzt erstmal hart und ganz anders als das, was ja so gut wie jeder Finanz-Influencer weismachen möchte. Doch selbst wenn unsere prozentuale Rendite wirklich hoch ist, verdienen wir so faktisch immer noch nicht viel Geld. Also wenn du beispielsweise in eine Aktie 2.000 Euro stecken würdest und diese Aktie, die performt mit 20 Prozent Rendite pro Jahr richtig, richtig gut, dann hast du mit dieser Rendite trotzdem nur 400 Euro Gewinn gemacht. Große Renditen auf wenig Kapital machen also kaum was aus. Große absolute Renditen sind hingegen nur möglich, wenn du bereits über viel Kapital verfügst. Also logisch, 10 Prozent von 10.000 Euro sind nur 1.000 Euro, wobei 10 Prozent von einer Million eben 100.000 Euro sind. Mehr Geld mit deiner Expertise zu verdienen, bringt dir somit viel wahrscheinlicher wesentlich mehr, als dich mit der Suche nach dem besten Investment auseinanderzusetzen, um ein paar Prozent mehr Rendite rauszuholen. Ja, schau dich mal um. Wie sind die meisten Leute, die du kennst, also jetzt egal, ob persönlich oder nicht, reich geworden? Durch Investments oder weil sie ihre Zeit anderweitig genutzt haben und ein Unternehmen gegründet oder sich eine besondere Fähigkeit angeeignet haben. Also dein aktives Einkommen macht dich wohlhabend, deine Renditen sind nur der Booster. Und richtig unverschämt reich werden zudem in der Regel nur Unternehmer. Wenn du dich ab jetzt selbst um deine Finanzen kümmern möchtest, weil du gesehen hast, dass es einfach möglich und eine clevere Variante ist, dann schau dir hier unser kostenloses Webinar an. Darin erfährst du die vier wichtigsten Regeln, die du bei der evidenzbasierten Geldanlage beachten solltest.